Jetzt die Frage, was aus rein finanzieller Sicht sinnvoller ist, ob er diese Wohnung denn jetzt kaufen soll für 250.000 Euro und dafür natürlich einen Immobilienkredit aufnehmen soll oder ob er einfach weiter zur Miete wohnt und das übrige Geld in ETFs spart. Hat er natürlich den Gegenwert der Immobilie, also hat auf der einen Seite da noch 50.000 Euro Schulden, auf der anderen Seite aber auch den Immobiliengegenwert von 250.000 Euro.